Prozent als die Bilder Prozent mein Charakter wüsste gerade nicht so recht wo er eigentlich ist und was er macht und Pro sexy Prozent Euro ja genau die Worte an Prozent nur vorliegen Prozent Prozent hoffentlich in zwei Startbieder dann funktioniert das auch ja im Karten den Kicks ja nichts sind inzwischen weil ich dann dann gut haben wir brauchen ich bin nicht immer so freundlich und hat die Mien ausgelöst was jetzt los ich habe mich gar nicht bewegt ja ich war gerade bei einer FK im Schilder aufgarten auch abstützer auf der Topgabe ja hab ihn dir die Vierer er er sagt nur wenn die Welt mein Körper das ist ein Mensch Kirl wo kommst du denn her das passiert eigentlich mein Kopf auf die Tastatur hau und dann leer Tastedrücker Ausschlumpfausen bitte sehr Alter lasst du mich jetzt auch mal da durch wer bin ich überhaupt hier oh scheiße ich bin falsch aber ich bin noch nicht ganz wach in meinem Morgen es wäre dann auch sehr nett wenn ihr mich wiederbelebt kann ich nicht, ich schieße es gerade mein Stein ist dank Buah was für ein Pilsug-Wetter bitte keine Elektro-Zauber jetzt Nicht? Über Feuer, ne? Jetzt hau ab hier Nein, hau ab Näe, näe Aua Aua Wasser 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 Bei ihm mit dem Stopp Wacke Es ist eins Ich braucher Wasser Ich brauch' Wasser Ich brauch' Wasser Hey Neben Erhalten Himmelssperr Wir sind beide geplatzt Ihr dürft mich ruhig wieder beleben in der Lust Und nicht zum gleichen Zeitpunkt sterben, das kommt sehr uncool heute ist es eine Breiner auf Karte Jürgen wir sind eine Truppe normalerweise 2 das gehen wir erst mal ein bisschen ja obwohl wir brauchen den jetzt nur total verdichtung auch oder so in Farbe gewechselt oder was schon immerhin so blau so hellblau ich bin total langsam geworden verwirrt verwirrt, doch doch boah das ist voll geil so ein Deo hier gerade und dann Feuerzeug da bin ich hier voller am Abfackeln gerade das muss ich nochmal wiederholen ey kann ich mal kurz wiederbeleben Tja Daniel steht da, nein du da ja jetzt kriegt er Angst warum mach ich eigentlich wieder eine Mütze ich dachte eigentlich ich hätte einen China-Hut auf irgendwie hab ich da was falsch gemacht oh Junge, weißt schon dass da zauber hier drin verdoppelt werden ha 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 kluck so, erstmal wieder mit Deo äh scheine mit mich da nehme ich wie ein Wahnsinniger Deo-Feuerzeug klappt oh ne, falsch im Moment klappt einfach nicht jetzt Deo-Feuerzeug hier lieber mal auf die altbewährten Mittel die klappen besser der ist ein bisschen altbewährten altbewährten? das ist neu bewährtes oh Junge ey Männchen oh manche mal da oben ist ein Schwert das will ich haben kommt aber schon Hainter Kommt aber schon dem Kommer über 2 2 2 2 1 Kololo Kololo Alt Lamp-Dinger Rö 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 das erste Mal dass das sinnvoll ist gemacht haben und danach wird gestorben Es sind Brocken Nämlich Fleischbrocken Hallo Hallo Bis unerwünscht Das war zu viel Magie für mich Okay komm jetzt was hier wird Das war mal schlau Endlich mal was Gutes Unscharf freigestaltet Wingardium Liviosa Das Schwingen und Wedeln Ist das nicht das mit dem Schweben? Ich meine schon Mit der Feder Ich bin sexy Hey, ich wollte hier den Felsbrock erstmal auf den Laden und dann geht das hier nicht Oh, Entschuldigung, Falschrichtung Hä? Das ist mit meiner Maus Achso Deswegen ging das nicht Oh nein, nicht die schon wieder Ja Nein, bleib Ja, wir sind halt noch Magiker, eigentlich sind wir noch Lehrlinge Nein, das stimmt gar nicht Alter, Junge Was ist mit dir los? Oder wir sind Magiker-Meister und einfach nur so Alter Was soll das? Alles nochmal von vorne oder was? Nee, ne Ich bin nicht Nee, das ist ein Schleicher-Bund, dann hausend Wörter Ja, aber Aber Ich hätte das alles annehmen Ich würde gerne mal mehr aus dem Spezialzauber lernen Ich würde mir gerne wissen Vielleicht sollten uns einigen die alle von der Klippe zu stoßen Ja, am Schluss es war die Erfolge von der Zauberer machen aber die Anzeigen und Autohits und sichern um Blasen Kino kommst du denn schon wieder her ist wieder ein Stab ich habe mein Stab vergessen mit ich bin noch mal los und er war da jetzt aber wieder einmal ausgenutzt damit er wieder bekommst du musst du Puste ja bringen wir die andere weiter ich um ich mach Wasser ihr macht ich mach Bienenschwarm hallo lasst mich durch ja das wollte ich auch probieren das ist richtig cool so richtig matsch oh ok das war der falsche kann mich jemand heilen das geht nicht wenn du der Steine Rüstung an hast definitiv ok dann definitiv not ob so kann ich zum Beispiel haben wir aber selber da hat er schon Prozent um es wird er hat ich habe erfolgt bis zu hohen er hat nun kommt und die Lehrlinge wo es gelten können er hat also dies Zauberbuch hat mir glaube ich nur Pech bereitet Ich hab hier nämlich ein paar unfähige Leute, die irgendwie das hier kriegen. Oh Gott, was hast du gezaubert? Bleibet fern von mir, ich hab nix mit euch zu schaffen. Oh, was war das denn? Ich hab grad irgendwie Brain AFK gemacht, ich bin grad weg. Das heißt, ich wollt eigentlich mich abstürz auf den Desktop machen. Wir wollen nicht wieder sterben. Könnte mein English-Fortest töten Sie, ihr OP-Mauern! Das weise ein Schild. Oh yeah! Sexy. No, no! 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 Old Brookful Magic Power. Hey, kompäck, was was du denn hier? Typisch magiiert, ne? wir sagen so gleiche und mein Gott sie wird es handelt aber bitte mit Sahne gehen aus dem Weg an komm lass uns mit zwei Strahlen auch ein Zeug zu laufen ich brauche aber trotzdem die Hählen wäre ganz nett ok doch nicht ja das klingt auf dir wenn ich schon tot bin du würdest sterb sterbe nicht und verwundbar siehst du doch oh zu viel mehr Prozent der Lärm nicht anstatt mal den Strahlfeuer abzubrechen nee lieber ich bin nochmal neu kaste ja der Plan ist aufgegangen ja das war alles geplant ja das war alles geplant leute wie wärs jetzt nicht wieder in Berlin dann die einfachste Methode ihn zu töten mit einem Heilstrahl und einem Todesstrahl ihn zu katapulchieren das ist ja nicht so als ob ich in den Zeilen verrutscht wäre aber das muss ja keiner wissen wir sind schwerfällig gerade hier schließt den Weg glaube ich Marsch das gleiche hatte ich auch vor ich hab so ein bisschen später gezündet oh ich hab da eine gute Idee oh scheiße das hat ausgesprochen gut geklappt ich habe ich bin jetzt mal eine Welt wo nicht jeder verrückt ist der Lass uns Picknick machen ich schwöre das ist bestiegeliert die Brücke wurde es amputiert in der Welt und da hat er kein Vampir ist ja die ja mal mich ist wieder feucht und nicht nur um lasst uns die Segel setzen aber ohne diesen dreckigen Vampir ich finde ihn scheiße moin moin homo homo moos moos ich bin's euer Captain Elon das ist mein Ding und wenn ihr wissen wollt wie ich euch ins Verderben tippe dann drückt erstmal auf Next und sonst auf Pref macht's gut ne PS ich such jemanden der mir mal ordentlich mein Fischstäbchen paniert mit dem mit dem mit dem mit dem